Liebe League of Legends Freunde, hier ist wieder FatThread mit dem neunten Let's Play League of Legends. Heute bin ich wieder mit Leona am Start, die habe ich ja gestern auch schon gespielt. Und habt ihr die gerade im Vorschau-Bild gesehen? Die hat so ein bisschen was von Lennart Del Rey, oder? Play in Video Games. Wie auch immer, ich spiele jetzt diese Heldin erneut zum zweiten Mal und werde auch nächstes Mal schauen, was ich hier an geilen Items an Start bringen kann. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wieder eine kleine Standard-Konfiguration machen. Laufstiefel, Heiltrag, Sehendes Auge, das sind Startgegenstände, die können ja nicht falsch sein. Ich bin jedenfalls derbe am Start und gehe jetzt auch mal wieder auf die untere Lane, wie ich es gestern auch gemacht habe. Oder obere, Mitte, ich schaue einfach mal, wo gehen denn die anderen hin? Ja, einer macht sich schon nach oben auf den Start, ich gehe auch immer nach oben einfach mal. Bot, sagt jemand, Master Yi möchte also in die Bottom Lane, wie auch immer. Ich gehe nach oben, wer ist in der Mitte? Das ist die neunschwänzige Füchsen, die habe ich eben gerade schon in dem Auswahlmenü gesehen. Und unten sind auch unsere zwei Champions am Start. Alles klar, 2-1-2. Wir haben uns formiert, gucken mal hier auf das Match-Up, beziehungsweise Line-Up. Ja, hier sehen wir gerade Fettfett. Blblblblblbl, Schornkotterbe, okay, alles da. Hier, unsere Gegner sind auch schon am Start, alles klar, okay. Ja, er will schon, dass wir in die Gebüsche gehen. Ihr habt mir ja gesagt, dass man in die Gebüsche gehen kann, um dort unsichtbar zu werden. Das machen wir natürlich, aber da sind wir wahrscheinlich nicht die einzigen, die auf die Idee kamen, das zu machen. Da hauen wir doch gleich mal rein, was wir hier an Spells haben. Ja, okay, alles klar. Aber es scheint eigentlich eine ziemlich angesagte Taktik zu sein, oder? Sich am Anfang auf einer Lane im Gebüsch zu verkriechen, sich unsichtbar zu machen und zu schauen, ob man da vielleicht einen anderen Champion rausfokussen kann, oder? Also das habe ich jetzt schon so häufig gesehen. Ich glaube, das scheint sehr, sehr beliebt zu sein. So, jetzt hier vielleicht können wir den noch rausstunnen. Oh, jetzt kommen wir zu nah an den Tower ran. Da gehe ich am besten nochmal zurück. Naja, kleines Geplänkel, hat noch nicht viel gebracht, aber immerhin haben wir auch noch nicht viel verloren. Jetzt kommen wir schon, die ersten Vasallen sind hier am Start und da wollen wir doch gleich mal die Wave mitnehmen, um hier gegen die gegnerischen Vasallen zu kämpfen. Alles klar, es geht los. So, alle Level 1 natürlich. Mateo Bono hat schon ein bisschen was mitbekommen. Also der ist hier nur noch auf HVP am Start. Den können wir vielleicht gleich noch ein bisschen was zusetzen. Müssen wir mal schauen, ob wir da es schaffen, ihn da irgendwie so ein bisschen rauszufokussen. Vielleicht kann ich ja auch einen meiner Spells da reinhauen, aber er wird natürlich auch hier von Ratar ein bisschen überwacht. Aber da kann ich natürlich auch noch dementsprechend auch meinen Champion hier nochmal her... Ah, nee, da kommen wir nicht mal ran. Schade, schade. Naja, da muss man auf jeden Fall auf der Hut sein. Oder so aufmerksam, dass man ihn da vielleicht irgendwo noch rausziehen kann. Aber man sollte natürlich auch nicht zu aggressiv sein, um dann zum gegnerischen Tower zu kommen. Also das würde ich jetzt auf jeden Fall vermeiden, dass ich hier auch noch ge-first-blooded werde. Darauf kann ich auf jeden Fall verzichten. So, neue Stufe. Den Q-Spell habe ich, wie es sich geziemt, schon geskilled. Werde jetzt mal diese Zenit-Klinge benutzen. Also die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da kann man sich ja so ein bisschen zum gegnerischen Champion hinhangeln. Und das kann mir insbesondere in solchen Situationen, wo hier jemand mit Low-HP gerade entkommt, doch eigentlich gut gefallen. Dass ich da nochmal irgendwie... Oh, das ist so ähnlich wie der Spell jetzt eben gerade von dem gewesen, oder? Wollen wir das auch mal irgendwie... Das war jetzt natürlich nicht so gut. Aber, oh, da kämen wir vielleicht nochmal hin. Ja, jetzt hätte ich die Zenit-Klinge nochmal gebraucht. Habe ich jetzt aber nicht nochmal gehabt. Egal, der muss mit Low-HP flüchten. Und wir können hier schön die Wave abfarmen. Und hier noch ein bisschen Skill und Gold und HP, XP, alles was man so mitnehmen kann, mitnehmen. Oh mein Gott, Leona. Ja, ich weiß, schlechtes Timing. Wenn der wüsste, dass ich hier nebenbei noch große Geschichten erzählen muss. Und auch das neunte Mal erst diese Spiel spiele, dann wäre er vielleicht auch nicht so fordernd in diesem Feld. Okay, weiter geht's. So, haben jetzt schon den Tower in Sichtweite. Können jetzt hier auch noch ein, zwei Attacks setzen. Immerhin können wir ihn schon ankratzen. Und vielleicht ja auch demnächst unseren ersten Kill setzen. Oh, einer unserer Teammates war das, glaube ich. Wurde gerade getötet, leider. Von einem gegnerischen Turm. Der hat wahrscheinlich genau das gemacht, was ich hier gerade vermeiden wollte. Dass man sich da ein bisschen zu sehr, zu aktiv, zu aggressiv reinhangelt. Und, ähm, ja, das hat er davon nie gehabt. So. Nächste Wave. Ich müsste eigentlich nochmal betäubt den Gegner. Ah, ja, genau. Ich muss mich daran gewöhnen, dass ich bei diesem Schild des Tagesanbruchs, dass ich da aufpassen muss, dass ich den nächsten Attack, dass der der Stun Attack ist. Das muss ich mir echt nochmal, äh, zu Gemüte füllen lassen. Das habe ich nämlich schon ein paar Mal falsch gemacht. So, kann ich mich jetzt ranhangeln? Ja, kann ich hier vielleicht nochmal den Kill setzen? Komm, noch einen Schlag. Bitte. Oh, fuck. Ja, jetzt war ich zu greedy und muss jetzt auch noch sterben. Ah, das ist bitter. Das ist bitter. Naja. War eine ziemlich knappe Sache. Texio hat ja auch nur halb überlebt. Ja, oh mein Gott. Leona, Noobs. Ja, ja, alles klar. Sorry, man. Das hätte natürlich besser laufen können. Das ist dumm gelaufen. Mal schauen, was wir hier wenigstens von dem Gold machen können, um dort unseren Champion ein bisschen aufzupuschen. Also, ich bin ja ein Tank. Deswegen Leben müsste doch eigentlich genau das Richtige sein. Dann habe ich mir jetzt einfach mal ein Rubin-Kristall besorgt und werde es mit der Geistfähigkeit so schnell wie es geht wieder zurück auf die Lane gehen. So, jetzt sieht es eigentlich in der Mitte aus. Hier sehen wir schon einen Level-5-Kampf. Die kriegen natürlich auch viel mehr XP ab. Deswegen sind die auch schon Level-5. Obwohl der hier natürlich auch schon einen sehr guten Job gemacht hat. Oh, der hat hier gerade einen fiesen Säure-Angriff aus den Wäldern erleiden müssen. Egal. Wir machen hier weiter und versuchen hier die obere Lane uns hier gut zu positionieren. So, Ran-Angriff. Hier vielleicht nochmal. Nein. Aber immerhin etwas zurückgeschlagen. Und Texio kann auch, glaube ich, nicht viel beherzter eingreifen, da er ja auch mit nicht mehr so vielen Lebenspunkten ausgestattet ist. So, Texio befiehlt, vorsichtig zu sein. Das versuche ich auf jeden Fall zu erreichen. Und werde mich jetzt hier nicht mehr mit Hals-über-Kopf-Aktionen dort zum gegnerischen Tower positionieren, da hin stürmen. Das werde ich auf jeden Fall tunlich sein lassen. So, stattdessen. Okay. Texio befiehlt, Ari sich zurückzuziehen. Okay, das bin ja nicht ich. Das geht wahrscheinlich um die Mitte. Oh ja, da ist ja auch mit ziemlich wenig HP am Start und wird hier gerade verfolgt. Jetzt ist er, glaube ich, auch gestorben. Okay, Texio ist sehr, sehr unzufrieden mit unserem Team, aber das scheint jetzt auch auf Gegenwehr zu stoßen. Na gut, ich werde mich aus dieser Diskussion heraushalten. Ich meine, wenn man in meiner Situation ist und auch echt noch nicht so viele Skills an den Start bringt, da sollte man auf jeden Fall die Klappe nicht groß aufmachen. Also, das ist eigentlich das Schlimmste. Ich meine, dafür, dass ich Newt bin, kann ich ja nichts für. Ich meine, ich spiele das Spiel erst seit einem Monat oder seit zehn Spielen, jetzt seit neun Spielen. Aber was man auf jeden Fall unterlassen sollte bei jedem Spiel, das kann ich euch ja auch raten, ist, dass man die Klappe zu weit aufreißt. Ich meine, wenn man das Spiel nicht drauf hat, dann soll man einfach zufrieden sein, dass man es überhaupt spielen darf. Soll lernen, soll sich Tipps holen von anderen. Ihr versorgt mich ja auch mal mit vielen geilen Tipps und ich finde das echt super von euch. Also, niemals aufhören. Ihr könnt mich immer noch mit guten Ratschlägen versorgen, finde ich echt super. Und ich werde dir auch immer dankend annehmen, weil das ist das Einzige, was man machen kann, wenn man ein Spiel nicht gut spielen kann. Dann einfach schauen, dass man da an Skills und Erfahrung gewinnt und auch einen oder anderen Kill landet. Habe ich jetzt auch gemacht. Fettfett hat gerade diesen ekligen Ätzwurm getötet, der eben gerade zu mir kam. Und jetzt muss ich wahrscheinlich auch noch aufpassen, dass ich hier Texio noch ein bisschen helfe. Dass der auch jetzt nicht hier zum Opfer fällt. Okay, vielleicht noch hier den einen Stachangriff. Na, da kommen wir nicht mehr ran. Okay, alles klar. Aber ich kann auch mal hier die Bande heilen. Aber das war gar nicht schlecht. Ein Kill gesetzt. Texio gerettet. Da kann er sich diesmal mal nicht beschweren. Und Level 6. Und damit habe ich den Ulti am Start. Und kann die Sonneneruption, wenn es angebracht ist, dann auch casten. Mal schauen, wie wir das auch noch auf die Kette kriegen. So, wieder 2 gegen 2 hier. Rata und Metribono sind unsere beiden Gegenspieler hier auf der Lane oben. Von den Level her haben wir doch einen leichten Vorteil. 6-6 gegen 6-5. Wobei Metribono auch gerade erst 6 geworden ist. Oh, ich wurde hier gerade geblendet und habe irgendwie einen fiesen Spell bekommen. Aber, ja, geht schon. Habe noch mehr als HFHP. Und ich glaube nicht, dass ich mich hier irgendwie zurückziehen musste. Ich bleibe hier einfach mal auf der Lane und schaue mal, dass ich hier noch eine gute Aktion setzen kann. Hier mit Texio zusammen. Der scheint ja doch, ich weiß nicht, ob das auch wirklich nur mehr Schein als Sein ist. Aber er scheint ja auf jeden Fall doch ein bisschen was drauf zu haben hier. Aber vielleicht beschimpft er uns einfach auch nur als Newbs, obwohl er selber auch nicht viel besser ist. Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier mal eine Sonneneruption gecastet. Und, ja, das hat mir auch nicht so viel gebracht. Aber immerhin hat Texio dann Ratter getötet, der mich erledigt hat. Also, Rache gab es für meinen Tod. Das auf jeden Fall. Und mit 1130 Gold sollte ich doch vielleicht auch jetzt dementsprechend ein Item bekommen, was mir noch ein bisschen mehr bringen könnte als dieser kleine Rubin, der mein Leben lediglich um 180 Punkte erhöht hat. So, FatFat ist wieder da mit Lana Del Rey. Und schauen wir mal, was wir hier für das Geld bekommen. Was ist das zum Beispiel? Lebensregeneration. Rüstung. Rüstung ist auch nicht schlecht, oder? Ich bin schließlich ein Tank. Alles klar, dann mache ich das auf jeden Fall. Ari sagt, I'm level 30. I'm the best. Ja. Das glaube ich jetzt nicht so, aber okay. Was ist das eigentlich für ein fettes Ding? Witzig eigentlich. Man hat ja immer neue Champions hier. Das habt ihr mir ja auch erzählt. Es gibt ja irgendwie jede Woche oder Monat, ich weiß nicht genau, so neue Auswahl. Und da kommt man ja tatsächlich immer wieder in Genuss, neue Champions spielen zu können. Leona habe ich jetzt auch erst zum zweiten Mal gespielt. Und auch meine Mit- und Gegenspieler sind allesamt Helden, die ich noch nicht kenne oder wenig kenne. Und das ist natürlich echt interessant. Also man lernt immer neue Leute kennen, neue Skills auf jeden Fall. Und das kann ja für die Erfahrung nur gut sein. So, der hat sich jetzt gerade zurückgebeamt. No matter. Okay, alles klar. Deswegen wird er sich jetzt mal wieder aufpushen auf der Beschwörerplattform. Und ich werde hier mal die Stellung halten und den einen oder anderen wassalen, killen und vielleicht auch Rata ein bisschen zurückschlagen. Mal schauen, wie es klappt. So, hier ist also One-on-One auf der oberen Lane. Wir sind jetzt nicht mehr hier zwei gegen zwei. Doch, jetzt kommt Etrebono. Und mein Kumpane ist aber noch nicht oben auf der Lane. Der ist jetzt, glaube ich, gerade in die Mitte gegangen. Das heißt, ich bin jetzt in einer Unterzahl-Situation und man merkt auch gleich, dass sie schon ein bisschen aggressiver agieren dort vorne. Wir wissen jetzt natürlich auch, dass ich hier jetzt in die Defensive geraten bin und dass sie mich jetzt doch relativ leicht zurückschlagen können. Und das ist auch jetzt der Fall. Okay, alles klar. Neue Stufe. Level 7. Ich gebe einfach mal einen Miss an, weil mir hier zwei fehlen. Mal schauen, ob das den anderen helfen wird. Aber die sind noch nicht in der Mitte. Ne, ne, die sind noch irgendwo in den Woods. Warten darauf, dass ich vielleicht nach vorne komme. Oder warten darauf, jemanden anderen zu töten. Vielleicht gehen sie in die Mitte. Ja, da haben wir gerade jemanden gesehen. Aber ich habe Miss angesagt. Also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Da sind sie selber schuld gewesen, dass sie hier den Rata... Ja, gewähren konnten. Aber der wird aber weiterhin noch verfolgt. Einer ist wieder da. Ich habe hier... Den Metrebono wieder auf meiner Lange. Aber, ja, der Rata wird ja immer noch verfolgt. Dort unten, quer durch unsere Woods. Das wird eine ziemlich lange Verfolgungsjagd. Der ist ja auch nicht von gestern. Der versucht sich natürlich jetzt hier mit möglichst geschicktem Laufen dort... Irgendwie jetzt aus diesem Labyrinth zu kommen. Aber das hat er auch geschafft. Da ist er nämlich. Und, tja. Unsere Jungs haben es nicht geschafft, ihn da wieder zurückzuhauen. Und, ja, Texio beurteilt das Ganze auch mit einem Geherzen. What the fuck? Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich schlecht gelaufen. So, ich kicke hier immer wieder ein bisschen was ab. Ich glaube, ich werde jetzt mal meinen Heiltrank verwenden. Da ich doch von Metrebono immer mal wieder 1, 2 Spells gegen den Cop bekomme. Aber immerhin, unser Tower steht hier noch. Die Lane ist noch da. Und das sieht auch alles ganz, ganz vernünftig aus. So, ich könnte jetzt vielleicht noch ein Miss ansagen. Ich weiß jetzt nicht, ob Metrebono in der nächsten Wave ist. Ist er nicht. Ist er doch. Man sollte vielleicht auch nicht zu früh missagen, um nicht zu viel Unruhe zu stiften. Das ist natürlich immer eine Situation, dass man auch ein bisschen, ja, vom Timing her das Ganze nicht zu spät, nicht zu früh, nicht zu überhastet ansagt. Aber so hat es auf jeden Fall, hat es auf jeden Fall geklappt. Einen Miss habe ich erfolgreich angesagt und der andere ist ja noch auf der Lane. Hier ist noch Metrebono am Start. So, kann ich vielleicht da einfach mal raufhauen? Ich werde jetzt... Oh, ja, das war ja gar nichts. Äh, habt ihr nicht gesehen, oder? Ne, habt ihr nicht gesehen. Ja, man muss das offensichtlich auch ziemlich gut timen, dass man da auch jemanden erwischt, weil dieser Spell hat ja auch schon eine Spell-Time, die dann, wenn man die Verzögerung dann auch noch mit einberechnet, auch noch kalkuliert werden muss, dass man dort den richtigen Moment findet, um auch den Spell richtig setzen zu können. So, wie sieht es eigentlich in der Mitte aus? Da sind wir eigentlich auch nicht so groß in der Vorwärtsbewegung. Es sieht auch, wenn man jetzt den Kills-Glauben schenkt, auch schon ein bisschen schlechter aus. 7 gegen 15 Tötung. Was ist das eigentlich hier für ein Giftpilz? Ah, das ist dieser lebende Pilz, der mich schon mal erwischt hat, ne? Ah, jetzt weiß ich immerhin, wie der aussieht in Ursprungsform, dieser Spell. Ich kenne ihn nur, wenn er mich bisher erwischt hat. Es handelt sich also um einen vielleicht unsichtbaren Pilz, der nur sichtbar ist, wenn er gecastet ist. Wüsst ihr das genau? Dann könnt ihr mir das gerne sagen. Was hat sich mit diesem Pilz auf sich? Kann man den aufspüren? Vielleicht mit so einem sehenden Auge, wenn man so einen Ward setzt? Wie lange ist der wirksam? Wäre jetzt alles mal interessant zu wissen. So, was ist hier los? Thanks, Findle, for help. Ich glaube, Ari ist da mal wieder in den Hinterhalt geraten. Mal schauen. Immerhin kann ich hier, wenn ich alleine auf der Lane bin, doch eine Menge Erfahrung sammeln. Bin jetzt auch Level 9. Und es trennt mich auch nicht mehr so viel, bis ich Level 10 bin. So. Jetzt vielleicht noch einmal die Klinge, Carsten. Ja, das hat auch jetzt besser funktioniert. Jetzt nochmal den Stunz-Bell. Vielleicht nochmal eine Sonneneruption hier auf seinen Rückweg, damit er da quasi nicht mal vorbeikommt. Aber, ja ne, das wird nichts. Jetzt habe ich mich sogar noch selber ins Upside manövriert. Tja, schade, schade. Da bin ich wahrscheinlich, dass ich hier auch noch in die gegnerische Vasallen-Linie gekommen bin. Ja, habe ich das Ganze noch verloren. Ja, leider hat er auch noch ein bisschen mehr Ahnung als ich wahrscheinlich in diesem Spiel. Schade, schade. Diese Aktion hat leider nichts gebracht. Ja, vielleicht würde ich auch gerne mal eine Lane swappen, switchen. Oder mal jemand anderen für eine Gang helfen, damit ich da ein bisschen mehr auf die Kette kriege. Okay, zwei Sekunden haben wir noch. Dann ist Leona wieder da. Und wir schauen mal, ob es hier noch einen empfohlenen Gegenstand gibt, den ich gerne hätte. Nö, hätte ich nicht. Was haben wir hier? Zauberdurchschwung. Ne, ne, ich glaube hier. Oh, ein Zündjuwel. Boah, das sieht doch gut aus. 375 Leben. Und Leben ist für einen Tank. Und ich bin ein Tank. Auf jeden Fall richtige Sache. Ja, wir sehen hier, dass die sich hier weiterhin bekriegen im Chat. Finde ich nicht so gut. Die sollten sich hier mal lieber aufs Spiel konzentrieren. Oh, jetzt hat es sich auch... Ihr seid im deutschen YouTube-Fernsehen. Hallo. Okay, es handelt sich also um zwei Deutsche, die nicht die feine englische Art verfolgen, sondern sich hier versuchen zu bekriegen. Nein, nur ein Deutscher. Master Yi. Und, oh nee. Versuchen sich hier beide gegenseitig zu zerfetzen. Sollten sich aber mal lieber auf das Spiel konzentrieren. Okay. Äh, mein Held oben fehlt offensichtlich. Deswegen werde ich mal ein Miss ansagen. Und schau mal, ob der an anderer Stelle... Ja, da ist er nämlich auch schon in der Mitte. Ob er da auftaucht. So, immerhin bin ich jetzt oben alleine. Wenn jetzt mir keiner in die Quere kommt, könnte ich ja eigentlich mit der nächsten Wave an Vasallen pushen. Das war so ein Giftpilz, oder? Der unsichtbar war und dann irgendwie explodiert ist, weil ich in die Nähe gekommen bin. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was da passiert ist. Aber, was wollte ich sagen? Genau. Wir haben jetzt die nächste Wave und könnten jetzt eigentlich auch diesen Tower ein bisschen weiter ankratzen, als es eben noch der Fall war. Ja, Metro Bono ist schon in dem Blutrausch. Das ist natürlich nicht so gut. Der ist nämlich im gegnerischen Team. Ihr erinnert euch, der hat mich auch schon ein oder zweimal getötet. Meine Statistik ist ja mit 1 zu 3 etwas durchwachsen. Und, äh, ja, der Gegner hat einen Turm zerstört und in der Mitte wurden wir jetzt auch, glaube ich, ein oder zweimal geownt. Und da ich keinen auf der Karte sehe, werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Nicht, dass ich der Nächste bin. Oh, können die bitte mal aufhören zu, äh, zu streiten? Ich werde jetzt einfach mal schreiben, ey. Hört mal auf zu streiten, Jungs! So. Ja. Mein Riecher hat sie doch als richtig erwiesen. Hier ist Metro Bono wieder da. Und, äh, ja. Aber da würde ich mich auf keinen Fall, äh, hier auf dem One-on-One wieder einlassen, da der mir doch ein bisschen zu sehr abgefiedert ist und mir ein bisschen zu viel Skills hat, als dass ich da irgendwie rangehe. So. Ich könnte natürlich einfach auch mal im Hilfe, äh, bitten. Hup, top. Übrigens nicht wundern, dass ich so langsam immer schreibe. Normalerweise kriege ich ein paar mehr Anschläge die Minute, äh, an Start. Aber dadurch, dass ich hier, äh, das Mikrofon, ähm, vor der Tastatur habe, finde ich meistens die Tasten nicht sofort. Hey, ich habe gerade Metro Bono getötet, oder? Wow. Also die besten Aktionen macht man offensichtlich, wenn man, äh, nicht damit rechnet. Alles klar. Aber ich glaube, der wurde auch vom Tower so ein bisschen, äh, runtergepusht. Egal. Tot ist tot. Und, äh, ich habe den Blutrausch von Metro Bono beendet und habe einen Bonus von 500 Gold bekommen. Meine Güte. 1.500 Gold. Die kann ich doch das nächste Mal, wenn ich mich zurück, äh, teleportiere oder zurückgehe, dann auf jeden Fall auch sinnvoll verwenden, würde ich sagen. Ich werde das mal ein bisschen pushen. Mich aber nicht zu weit wagen, da ich auch nicht weiß, wer sich jetzt hier noch so versteckt in den Woods und nur darauf wartet, mich hier abfarben zu können. Aber, wenn ich, sag mal, fast 2.000 Münzen habe oder so, dann werde ich mich auf jeden Fall mal rückrufen, um mir ein schönes Item zu holen. Da ist Metro Bono auch schon wieder am Start. Ich bin jetzt HVP, ich werde mich jetzt nicht darauf einlassen, jetzt in diesem Zustand ein One-on-One einzugehen. Werde mich mal einfach mal zurückrufen und mit immerhin 1.700 Gold versuchen, irgendein geiles Item zu kaufen, was ich dann, äh, in dem Fall sehr gut verwenden kann. Okay, sagen wir mal, was haben wir hier? Empfohlene Gegenstände, irgendwas, was mir hier helfen könnte. Da vielleicht. Eine Aura. Und 250 Leben. Lebensraub und Angriffstahl, Lifestyle, alles klar. Da bin ich immer dabei und werde mal die Geistfähigkeit benutzen, um da nach vorne gehen zu gehen. So, ich werde jetzt hier mal 2, 3 Signale setzen. Unser, äh, Abtauer ist nämlich gerade stark in Gefahr, wird jetzt aber auch fallen. Das ist zu spät. Der Turm ist weg. Leider, wie unser Mid-Tower, der ist auch schon down. Und unten haben wir immerhin noch ein bisschen was. Also, wir sind weiter in der Defensive. 12 zu 25, was die, äh, Kills anbelangt. Aber auch von den Tauern her sieht das nicht gut aus. Denn hier stehen noch alle. So, ich bin jetzt auch schon dabei, den zweiten Tower hier zu deffen. Ja, man sieht schon, in der Uplane läuft das alles nicht so rund. Und Metro Bono ist auch schon wieder weg. Okay, da werden wir hier auch mal minus 1. Gilt minus 1 auch als Miss? Das war bei Dota so. Da hat man das nämlich gemacht, weil es ein bisschen einfacher und schneller zu tippen ist als Miss. Dass man einfach minus 1, g, 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 geschrieben hat, um Miss anzusagen. Ihr könnt mir ja sicherlich erzählen, ob das auch hier bei LOL noch Gültigkeit hat. Oh ja, da ist er ja auch schon. Metro Bono. Okay, ich werde jetzt eine Sonneneruption starten. Oh ne. Na gut. Ulti gewastet. Aber immerhin bin ich noch am Leben. Und das war mir in dem Fall dann doch am wichtigsten. So. Jetzt kann ich Eclipse casten. Das war doch so eine Art Mini-Aura, irgendwas. Was war denn da nochmal? Ja, genau. Rüstung und Magieresistenz könnte mir natürlich in so einem 1-on-1 oder auch in der Rückwärtsbewegung doch helfen, um so ein bisschen mehr durchzuhalten und mehr auszuhalten. Dann werde ich das auch mal dementsprechend einsetzen. So. Wie sieht es aus hier? Die Wave kommt. Aber der Tower und ich und die Vasallen, unsere Wave ist ja auch schon angekommen, werden hier mit vereinten Kräften die Jungs hier zurückschlagen. Metro Bono ist auch noch oben auf der Lane. Denn ich bin auch immerhin Level 13. Bin damit auch oben mit dabei. Level 13 ist gerade das höchste der Gefühle in diesem Line-Up. Und nicht schlecht. Wir werden natürlich gleich mal schauen, wie wir das vielleicht zu einem Vorteil ausbauen können. Ich könnte jetzt eigentlich auch mal auf eine andere Lane gehen. Kommt der hier von der Seite, ey. Das ist auch so ein kleiner Hinterhältiger, oder? Genau, wie ich das so einen Vorteil ausbauen kann, um vielleicht mal einen anzugreifen, der ein geringeres Level hat. Wie sieht es eigentlich in der Mitte aus? 12, 13. Na gut, die Unterstände sind denn nicht so krass. Oh. Hier wird Aufgeben gedrückt. Ich würde einfach mal Nein sagen. Ja, wir kämpfen bis zum bitteren Ende. Gegen eine Aufgabe 4 zu 1. Da war ich also auch, ich würde mal sagen, genau richtig mit meiner Einschätzung. Okay, hier nochmal die Sonneneruption, Carsten, diesen, äh, können wir aber ja, Fettfett hat Cyrus-Killer getötet. Sehr schön. Da war ich genau mit der richtigen, äh, mit dem richtigen Spell am richtigen Ort. Sehr schön. Okay. So, nächste Runde. Ein Psycho ist wieder da. Der war, glaube ich, die ganze Zeit auf der Midlane, wenn ich mich recht entsinne. Ich hatte ja eigentlich eher die Top-Lane im Blick. Oh, oh, da geht's weiter. Da werde ich einfach mal Eclipse casten, um ein bisschen, ähm, geschützt zu sein und mich hier wieder zurückhauen. Alles klar, okay. Oh, ich sollte mich vielleicht ein bisschen heilen. Jetzt bin ich jetzt schon hier in der Nähe der Beschwerer-Plattform. Da könnte ich vielleicht einfach mal zurückgehen, bis sie ein bisschen aufpumpen, Mama und Mana und Leben. Ja. Okay. Scheiß Urgott. Aha. Alles klar. Wie sieht's eigentlich oben aus? Taxio ist jetzt gegen Metro Bono am Start. Auf der unteren Lane, oh. So, Sean Goudet hat einen gegnerischen, äh, Dings getötet. Einen gegnerischen Turm. Und Taxio schafft es immerhin, sich hier aus den Klauen von Metro Bono zu befreien. Wenn ich jetzt noch schnell genug bin, aber nee, Metro Bono ist wahrscheinlich schon längst über alle Berge. Dann werde ich jetzt einfach mal in die Mitte gehen. Ich wusste gar nicht, dass man übrigens von der Aufgabe, äh, wunken kann. Das habe ich eigentlich noch nie, äh, erlebt tatsächlich auch. Jetzt in den neuen Spielen, die ich bisher gemacht habe. Das ist das erste Mal, dass jemand hier aufgeben möchte und dass es da auch eine Funktion gibt. Äh, wisst ihr, wo die ist? Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Vielleicht irgendein Shortcut oder Escape oder irgendwas muss ich drücken, um daran zu kommen. Wäre mal ganz interessant, auch wenn ich jetzt einen Teufel tun werde, um aufzugehen. So, hier auf jeden Fall mal weggehen. Ich weiß auch nicht, was hier passiert. Ähm, kann ich hier vielleicht eine Sonneneruption casten, um eine Flucht zu ermöglichen? Mache ich jetzt einfach auch mal. Aber werde jetzt auch selber zurückgehen, um da nicht noch zu sterben. Oh, ich bin total verlangsamt. Äh. Also irgendwas ist gerade auch mit der Steuerung ein bisschen komisch. Habe ich gerade irgendwas gedrückt, was ich nicht hätte drücken sollen? Ne. Okay. Es wirkt alles ein bisschen langsam gerade und behäbig. Uah. Fuck. Jetzt sind sie hier zu dritt und, äh, äh, hauen hier mal richtig rein. Ah, ich gehe zurück. Hm. Kauft ihr mal Lifestyle. Also Lifestyle habe ich eigentlich. So sollte es nicht sein. Also irgendwas habe ich gerade gedrückt, dass, äh, ich nicht mehr scrollen kann mit der Maus. Oder konnte ich das davor? Ich weiß es selber gar nicht mehr. Hm. Naja. Sollte auch so gehen. Fokus auf den Helden. Und, wie es aussieht, sind die jetzt auch schon so, äh, nah an unserer Base, dass es hier auch echt gefährlich wird. Also, ich kann ja hier mal einfach mal reinhauen, was ich hier habe. Aber, na gut, so viel wird das auch nicht bringen. Immerhin haben wir da den einen schon zurückgehauen und Cyrus Killer ist als einziger jetzt verblieben in unserer Base. Vielleicht kriegen wir den sogar noch platt. Habe ich meinen Spell nicht mehr? Doch, da. Ah, scheiße. Habe ich nicht mehr bekommen. Naja. Schade, schade, schade. Und, da ist auch schon der nächste von uns gerade zum Opfer gefallen. Ja, den werde ich doch wohl hoffentlich kriegen. Jetzt müsste ich eigentlich mit dem Spell, also irgendwie, kriege ich meine Spells nicht mehr so richtig hier auf die Kette. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ah, jetzt habe ich immerhin wieder, äh, herausgefunden, wie das läuft mit, äh, mit der Steuerung. Also, ich habe echt gerade Probleme. Das glaubt ihr auch nicht, ne? Aber gut. Okay, meine Steuerung ist wieder normal. Ich weiß nicht, was ich gerade gedrückt habe, dass ich eben gerade nicht mit der Maus mich bewegen konnte. Es hat mich auf jeden Fall so ein bisschen, äh, äh, verwirrt gerade und auch, äh, mir ja auch die Sicht genommen. Wenn man die Maus nicht frei bewegen kann, dann wusste ich jetzt auch nicht, wie viel Gegner noch in den gegnerischen, äh, hinter den gegnerischen Reihen lauern und so. Also, ich konnte da eigentlich auch irgendwie gerade nicht mehr so viel machen. Aber jetzt ist die Maus wieder frei. Die Maus ist frei und ich bin aufgeladen und habe 1500 Gold, die ich jetzt hoffentlich gewinnbringend, äh, in ein besseres Item verwenden werde. Riesenschwirt, Mana, Rüstung, Fähigkeit, Schaden, Leben. Ja. Leben. Leben, 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 Leben. Leben ist gut. So. Es wurde gerade wieder gegen eine, äh, Aufgabe gestimmt, aber Ari glaubt noch an den Sieg hier, an den, äh, Sieg in letzter Stunde. Und auch ich werde das Spiel versuchen, ähm, noch zu gewinnen. Nicht aufgeben, niemals aufgeben. Ich weiß ja nicht, ob man, äh, so ein Spiel noch reißen kann, aber versuchen sollte man es auf jeden Fall. So, ich bin hier mit, äh, Brian unterwegs in der Mitte und wir versuchen mal hier den Mid-Tower ein bisschen zu, zu pushen, die Lane in der Mitte zu pushen, den Mid-Tower anzukratzen. Der ist auch schon fast down. Ja, aber er wird auch hier von zwei furchteinflößenden, äh, Champions gesichert. Auch wenn Brian da jetzt reingeht. Oh, das war keine gute Idee, glaube ich. Das war keine gute Idee. Egal, ich werde jetzt auch trotzdem noch eine Sonneneruption reinhauen und mal gucken, was ich hier noch an, äh, Skills platzieren kann. Aber das wird wahrscheinlich auch mein Ende sein an dieser Stelle. Jetzt vielleicht nochmal ein Heilzauber. Wow. Ich habe es tatsächlich geschafft, hier zu entkommen. Das war unerwartet. Ich hätte gedacht, ich werde jetzt sterben. Aber sehr gut. Ich kann mich zurück zur Beschwerer-Plattform bewegen, um mich zu heilen. Und in der Mitte geht der, weil die Action weiter. Jean-Cortier ist gestorben. Äh, und Ratare wird auch jetzt wahrscheinlich, äh, unseren, äh, Beast-Player hier, ähm, ja, erledigen. Doppeltötung. Und das war natürlich sehr, sehr schlecht. Weil der ist jetzt auch ziemlich abgefeedet, würde ich sagen. Level 16 führt das, äh, fällt jetzt an mit Metrebono. Und, äh, ja, mit 12 zu 1 Tötung ist der auch schon ziemlich, ähm, ja, ziemlich oben dabei. Ziemlich vorne dabei. So, ich habe 467 Gold. Das ist noch nicht so viel. Da werde ich wahrscheinlich nichts Großes mit machen können. Aber vielleicht schaffe ich es jetzt hier noch, ein Psycho ein bisschen zurückzudrennen. Obwohl dieser Tower, ja, offensichtlich down ist. Und da hätte ich auch nichts mehr machen können. Aber was ich machen kann, ist jetzt diese schon sehr aufgeblähte Wave zurückzuwerfen. Versuchen wir es. Müssten jetzt auch eigentlich ein paar Versailen von mir gleich kommen. Hoffe ich. Ja, da sind sie auch schon. Und der Turm ist ja auch noch da. Der mir hier noch helfen kann. So. Ein Psycho wirft mich in die Luft. Da werde ich mit einer Sonneneruption antworten. Und mich auch gleich zu ihm langhangeln. Und da haben wir ihn mit einer gemeinsamen, geballten Aktion getötet. Sehr schön. Da hat er sich ein bisschen zu weit vorgewagt. Und wir haben ihn dementsprechend zurückschlagen können. Okay. Die untere Lane ist erstmal wieder safe. Was ist oben? Oben kämpfen die Versailen munter gegeneinander. Und in der Mitte ist Metrebono mit halber HP. Da könnte man vielleicht auch mal zu einer Gang ausruhen. Ich werde jetzt nur noch mal diese Wave mitnehmen, um da noch ein bisschen abzufahren. Und dann jetzt nach oben gehen, um dort in diesen Gruppenkampf vielleicht noch einsteigen zu können. Metrebono wird fallen. Und der Cyrus Killer müsste jetzt eigentlich auch noch mit dem Nebendank glauben. Werdet ihr das noch schaffen? Ich hoffe es doch. Hat denn hier mal ein Stunning-Spell am Start? Jawoll. Sehr schön. Tolle Aktion. Sind hier zu viert. Könnt jetzt eigentlich mal pushen. Ich werde das auch einfach mal vorschlagen, dass wir hier pushen. Und vielleicht die Mitte jetzt nochmal mit dem... Ach nee, jetzt kommt er auch mehr so am Verlangsamsteil. Die Mitte mit vereinten Kräften hier noch erledigen. Okay. Sind auch zu dritt. Gerade am Start. Einer verzieht sich schon wieder in die Mitte. Vielleicht schaffen wir es ja hier diesen letzten Tower. Ja. Das war jetzt auch nicht mehr so schwer. Metrebono stürzt sich hier ins Vergnügen. Das soll er gerne machen. Rata ist auch noch da. Ich werde jetzt auch mal alles casten, was ich habe. Vielleicht kann ich ja hier noch ein bisschen was reißen. Aber ich glaube, ich werde das Ganze mit meinem Leben bezahlen. Ja. Da... Oh, das ist schade. Mit Rata, der ist ja auch wirklich... Ja. Leider ziemlich, ziemlich gut. Tja, was wollen wir machen? Das ist die Frage. Tja, tja, tja. Soll ich irgendwas schreiben? Soll ich irgendwas machen? Ich weiß es auch nicht. Wie können wir da zurückgehen? Jetzt ist meine Maus schon wieder... Äh, mein... Jetzt bin ich schon wieder nicht mehr in diesem festgelegten Modus. Und kann nicht mehr meine Maus bewegen. Also irgendwie komme ich andauernd auf irgendeine... Ich muss das jetzt... Ich werde das einfach mal herausfinden. Ich muss einfach mal alles klicken, was hier eine... Ah! Z! Ah ja! Z wie zentrieren. Alles klar. Das hat sich jetzt wahrscheinlich gelöst. Alles klar. Mit Z bin ich wahrscheinlich immer dagegen gekommen, als ich wie wild auf meine Skills raufgekloppt habe. Mit diesem kann ich also... Das Langschweil, habe ich das schon? Ah ja. Mit Z kann ich also die Kamera zentrieren. Sehr gut. Das werde ich mir merken. So. Wieder mal ein Item zum Tanken gekauft. Ich hoffe, das war eins der richtigen. Und die Mitte muss gedefft werden. Auf jeden Fall. Da geht es schon weiter. Und Beastplayer ist hier in der Rückwärtsbewegung. Da bin ich aber weiter am Start. Und werde mal versuchen, hier den noch zurück zu hauen. Okay. So. Wenn wir alles spamen, was ich habe. Die Zenitklinge hebe ich mir dafür auf, ihn nochmal in der Ferne zu erwischen. Aber der ist ja viel zu schnell. Was hat der denn für... Hat der irgendwelche Schuhe oder irgendein... Irgendein... Der hat doch was an. Der ist doch viel zu schnell gewesen. Der habe ich nicht mehr erwischt. Aber da läuft noch ein One-on-One. Das hätte ich jetzt vielleicht noch joinen können. Aber das war jetzt auch zu spät. Na gut. Vielleicht kann ich mich jetzt noch hier an ihn ranhangeln. Und jetzt noch mit meinen Spells raufhauen. Mein Gott. Der hat aber auch HP ohne Ende. Und jetzt kommt auch leider hier der Mega-Pro ihm zur Hilfe. Ich werde jetzt auf jeden Fall zurückgehen. Und dem anderen auch empfehlen, zurückzugehen. Bevor man sich jetzt hier auch noch den ins offene Messer läuft. Das ist jetzt passiert. Und ich weiß auch nicht, warum Brian da mal wieder reingeht in diesen Gruppenkampf. Den werden wir auf jeden Fall verlieren hier gerade gegen den Ratter, der ja schon so viel getötet und so viel dominiert hat. Aber gut. Ich bin ihm in den Tod gefolgt. Aber vielleicht hat das jetzt auch immerhin dazu geführt, dass wir hier gemeinsam sterben und gemeinsam leben. So. Immerhin kommt jetzt nicht wieder der Vorschlag, dass wir aufgeben sollen. Obwohl sich das jetzt vielleicht auch gleich erledigt hat. Da die gegnerischen Helden Ratter und I am Psycho jetzt auch schon unsere Gebäude angreifen. Und innerhalb unserer Base platziert ist. Sambo kommt auch noch dazu. Und Texio ist hier irgendwo hinten und versucht dann auch einen abzugraben und rauszufokusten. Aber ich weiß nicht, ob ihnen das gelingen wird. Wir schauen mal weiter, was hier in der Mitte passiert. I am Psycho stürmt weiter. Die Base. Und Jean Coutier versucht hier noch Stellung zu halten. Aber das wird wahrscheinlich nicht gut klappen. Jetzt aber vielleicht mit dem Beastplayer zusammen. Geht hier zu zweit rein. Metrobono ist auch noch da. Aber wird hier auch leider unseren Kumpan erledigen. Da sind sie jetzt einfach zu stark unterwegs. Ich bin jetzt auch wieder da. Habe jetzt zwar 400 Gold, dafür kann ich nicht viel kaufen. Aber kann jetzt vielleicht einfach nochmal reingehen, um da vielleicht den einen oder anderen noch rauszuziehen. Da haben wir ja vier Helden, die alle HLVP haben. Aber da jetzt alleine gegen vier mich reinzuhauen dort, das werde ich wahrscheinlich auch tunlichst lassen. Damit ich da jetzt auch nochmal leben lasse. Ich werde mal schauen, ob ich noch irgendwelche Unterstützung bekomme. Sind wir alle tot? Ich bin nicht der Einzige, der gerade am Leben ist. Das sieht irgendwie ganz so aus. Das heißt, ich kann hier nur ein bisschen die Stellung halten, ein paar Vasallen zurückdrängen und versuchen, dass sie nicht immerhin auch noch die Tower bekommen, die hier unser Nexus, unser Hauptgebäude noch irgendwie gerade verteidigen. Okay, Sambo ist da, hat sich nach vorne gewagt. Den kriegen wir vielleicht jetzt noch irgendwie raus. Ich werde jetzt einfach auch mal einen Stunning-Spell draufmachen. Und die Zenit-Klinge, Carsten oder die Sonne-Eruption. Fett, fett hat Sambo getötet. Das war genau der richtige Spell zur genau der richtigen Zeit. Und immerhin haben wir den noch zurückdrängen können. Der hat sich jetzt auch alleine weggewagt. Und gut, dass Texio noch da war. Der konnte mir jetzt ja auch helfen, da noch was zu reißen. Cyrus-Killer ist mittlerweile auch am Start. Da werde ich auch mal versuchen, den hier zu stunnen, damit Texio vielleicht noch mit einem seiner guten Spells dahinter herkennen kann. Oh, der hat sich jetzt wieder aufgejagt. Und ja, den kriegen wir vielleicht aber noch. Ja, Brian hat noch den letzten Schlag gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Und hätte ich jetzt mal einen Ulti. Den könnte ich jetzt ja so schön da einfach reinhauen, um alle fertig zu machen. Aber, naja, das hat nichts gebracht. Wir sind auch wieder alle schon am Start hier. Wir sind auch wieder in der Rückwärtsbewegung. Unsere drei Helden versuchen jetzt wieder, zurück in die Base zu gehen, um da zu defen. Und sie sind weiter jetzt auch mit den Super-Vasalen in der Vorwärtsbewegung. Und die halten echt eine Menge aus. Sehr, sehr schade. In der oberen Lane sieht es eigentlich noch ganz gut aus. In der unteren Lane sind wir aber auch schon stark in der Defensive. Da hat mich keiner mehr gefarmt, sodass die gegnerischen Vasalen dort auch schon die untere Reihe aufreißen. Und da wird wahrscheinlich auch gleich ein gegnerischer Champion kommen, um da auch noch den Tower runterzuhauen. Aber jetzt hat es immerhin, naja, hat es bei den Tod gerissen. Ein Kamikaze-Angriff von einem meiner verbündeten Champions. Okay, Beastplayer versucht hier noch die Stellung zu halten. Die beiden gegnerischen Champions sind da mit Half-HP am Start und halten die Stellung oben. Und in der Zwischenzeit müsste ich jetzt eigentlich auch wieder mit Lennard Del Rey, wie ich sie jetzt liebevoll nenne, Leona am Start sein. Level 18 bin ich. Womit bin ich da eigentlich? Da bin ich eigentlich mit ganz oben, aber habe davon jetzt noch nicht so viel Profit schlagen können. Aus diesem... Ach ja, da müssen wir Rüstung kaufen. Rüstung ist beim Tanken auch immer eine gute Sache. Und ja, werde mal schauen, ob wir das jetzt noch... Wie weit wir es noch aushalten. Also ich glaube jetzt mittlerweile auch nicht mehr so an den Sieg, nachdem sie uns hier die Mitte aufgerissen haben. Aber wir schauen mal, ob wir hier die Stellung noch halten können. Oh, hier unten muss ich auf jeden Fall mal abfarmen. Ob es zu overpowered ist, ein Ulti reinzusetzen? Ah, ich mache es einfach mal. Ein Ulti in die Vasallen. Oh ja, gibt es auf jeden Fall mal schön Gold. Und das kann mir auch nicht schaden, damit ich vielleicht noch mal ein paar bessere Items bekomme, um meinen Helden noch weiter hoch zu pushen. Okay. So, ich halte hier die Vasallen im Schach. In der Mitte formiert sich aber schon eine neue Gang, die hier Brian rausgefokust und getötet hat. Beastplayer war dort wahrscheinlich ein bisschen zu zögerlich oder hat es dort auch missen lassen, ihn zurückzujagen. Man muss, glaube ich, auch so ein bisschen auf seine intimen Kameraden aufpassen. Also ich habe jetzt hier doch die eine oder andere Aktion schon gesehen, wo jemand in einem blinden Anflug von Größenwahn sich einfach mal in so eine Gang reingestützt hat. Das führt eigentlich selten zum Erfolg. Außer man ist so pro, dass man auch es alleine mit vier Leuten aufnehmen kann. So, ich werde einfach mal hier mich auch reinhauen, weil wir hier ja mittlerweile zu zweit sind. Und Beastplayer und ich haben jetzt auch den CyberSkiller getötet. Aber mit Sambo wird das wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ich werde mich jetzt hier noch zurückhauen und jetzt versuchen, auch noch fliehen zu fliehen. Und das hat immerhin geklappt. Ich werde mich schnell auf die Beschwerer-Plattform zurückbringen, um zu heilen. und Jean Cotier wird aber hier leider von einem Psycho und Ratta fertig gemacht. Und jetzt kommen auch schon hier diese Super-Vasallen und reißen unseren Tower dort ein, während Ratta das Gebäude oben einreißt und unten mittlerweile auch der Tower gefallen ist. Also das sieht ganz nach einer Niederlage aus. Da werden wir nicht mehr viel reißen können. Ich habe jetzt noch 1000 Gold. Mal schauen, ob ich das noch in irgendwas reinhauen kann. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch egal. Ich werde mich einfach nochmal reinstürzen. Ich habe ja noch ein Ulti. Ich kann die Ulti jetzt einfach auch mal hier irgendwie reinhauen und einen Psycho damit noch slowen. Das habe ich geschafft. Könnte auch mit der Zenit-Klinge noch rankommen. Habe ich ihn aber nicht mehr erreichen können. Habe jetzt nochmal einen Stunning-Spell, den vielleicht auf Ratta kasten, damit der jetzt auch noch da hinten herkommt. Aber da kann man nichts mehr machen. Da bin ich jetzt auch jetzt schon wieder in der Rückwärtsbewegung und gleich auch am Ende. Und warte jetzt eigentlich nur noch darauf, dass unsere Gegner den Sack zumachen und das hier finishen. Das sieht auf jeden Fall nach einer starken Niederlage auf. Super-Vasallen sind jetzt am Start. Als wäre das nicht schon genug. Die sehen ja hier schon super genug aus. Und der nächste Tower wird jetzt auch eingerissen. Unser Hauptgebäude steht auch kurz vor dem Fall. Wird jetzt auch schon angeknabbert. Während hier Texio noch mit einer Suicide-Aktion versucht einen Psycho zu töten, der jetzt hier wirklich mit einem Strich-HP überlebt hat. Also dann kommt auch noch Pech dazu. Und alles, was jetzt noch an Aktionen geschieht, ist einfach nur noch in die Kategorie Ultra-Verzweiflungsattacke einzuordnen. Das war's mit dem Let's Play League of Legends 009-009. Ich bin FatFat von FatSpielen.de und wir sehen uns beim nächsten Mal.